20% TMNG Bonus Token und mehr gute Nachrichten. Das gibt es im heutigen Video. Heute gibt es ein Update zu TMNG. Und wenn du das Projekt noch nicht kennst, check auf jeden Fall meinen Kanal aus. Hier sind verschiedene TMNG Videos, wo ich das Projekt vorstelle, worum es genau geht. Alle Infos findest du hier. Und wenn du solche Infos nicht mehr verpassen möchtest, kann ich dir nur empfehlen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Bevor wir in die Details gehen, wie immer der Disclaimer auf Deutsch, Englisch und Spanisch, stoppt das Video hier, liest dir das durch und dann soll es klar sein, keine Finanzberatung. Wenn du TMNG tatsächlich noch nicht kennst, wie gesagt, schau dir die Videos an, aber eine ganz kurze Zusammenfassung findet man hier eigentlich ganz schön. TMNG Global ist eine Plattform, die traditionelle Investitionen in Technologiemetalle, seltene Erden und Edelmetalle sozusagen auf die Blockchain bringt. Das Zahlungsmittel, um das zu tun, ist der TMNG Token. Und den kannst du jetzt im Presale noch erwerben. Wenn du das machen möchtest, findest du meinen Anmelde-Link mit einem Bonus in der Infobox. Aber noch wichtiger fast sind die Neuigkeiten, die es gibt. Unbedingt dranbleiben. Ich komme zu den 20% noch, aber es würde jetzt bekannt gegeben, dass TMNG demnächst listen wird und zwar auf einer Börse, die sich unter den Top 15 befindet. Das ist vielleicht jetzt sogar ein bisschen weniger, als der eine oder andere erwartet hätte. Ich finde es trotzdem gut. Das ist eine solide Sache, dass sie da jetzt nicht sich irgendwie für ganz teures Geld bei Binance oder Coinbase einkaufen, sondern sagen, wir gehen auf eine Börse, wo sie auch sagen, ja, wir haben hier einen Partner gefunden, der die Vision mit uns teilt, wo wir ein gutes Gefühl haben. Ich denke, das ist der richtige Weg und weitere Börsen werden dann folgen. Das Listing-Datum steht auch schon fest, 21. November. Also ist es jetzt endlich, endlich absehbar. Ich finde es auch gut, dass es so zum Ende des Jahres hingeht. Ich denke, dann haben wir, ja, wir sind dann schon noch im Bärenmarkt und sind schon noch im Tief, aber ich glaube, viel schlimmer wird es dann nicht mehr. Insofern ist das vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt. Und was ich auch super gut finde, ist, dass sie von Ethereum weggehen und auf Polygon gehen, einfach um die Gas Fees, also die Handelsgebühren, runterzubringen. Also das sind sicherlich sehr, sehr gute Schritte. Jetzt die Frage, wie bekommst du denn deine 20% TMNG Global Bonus Token? Das ist ziemlich einfach. Du gehst einfach in dein Dashboard. Wenn du schon angemeldet bist, gehst einfach rein und machst deine Aktion. Wenn du noch nicht angemeldet bist, wie gesagt, kannst du dich registrieren mit dem Link, der hier unten steht. Und da findest du ganz oben im Dashboard die Möglichkeit, einer Aktion beizutreten. Da steht dann auch beitreten. Und letztendlich musst du dich da einfach nur auf Twitter und Telegram mit TMNG verbinden. Und wenn du das machst, bekommst du einen Bonus von 20% auf all deine Käufe in den nächsten 30 Tagen. Also ziemlich nice. Da kannst du wirklich nochmal ein paar Token for free mitnehmen, deine Bestände aufstocken und dann zum 21. November. Idealerweise sehen wir einen sehr, sehr schönen Launch und dann kannst du dir überlegen, was du machst. Ich habe im Augenblick alle meine TMNG bei CrowdSwap im Staking. Das funktioniert auch super gut. Auch das verlinke ich dir hier nochmal. Ich verlinke dir hier nochmal sozusagen das Video dafür, aber auch den Link zu CrowdSwap, wo du den Staking packen kannst. Da vermehren die sich jetzt eigentlich ganz schön vor sich hin. Und ja, das war es für heute. Wenn dir das gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn du mir einen positiven Kommentar da lässt und einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns auch schon bald im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.